Hallo Borgheide, hallo Welt! Das ist der Matze und das ist der Lutze und wir beide sind Borgheide News TV. Wir machen Fernsehen aus und für Borgheide. Matze macht das Wetter und der Lutze sabbelt euch sonst so voll. Und wann? Immer am Montagabend gibt es die News. Wenn ihr regelmäßig Infos über, um und aus Borgheide haben wollt, dann braucht ihr nur hier unten auf Abonnieren klicken. Und schon seid ihr mit dabei. Auch über Gefällt mir Klicks freuen wir uns. Und teilen dürft ihr unsere Sendung natürlich auch. Natürlich finden wir auch Kommentare cool. Soweit sie nicht unter die Gürtellinie gehen. Also bis später hier bei Borgheide News TV, euer Matze und Lutze. Und tschüss!